Hallo Leute, ich bin's, euer Masterkiller. Wir spielen hier heute Estelle von Tarkov und bereiten uns hier gerade auf die Run of Boots vor. Also ich würde sagen, wir gehen erst mal wieder rechts weg, dass man uns in den Formbereich will. Hast du durch eine Gasmaske aufgezogen? Ja, Mann. So, egal. Ich habe nichts anderes, ich bin egal, was kommt. Ja, wenn ich das ein bisschen armer am Schädel, weißt du? Jetzt warten wir erst mal auf ein paar Schüsschen. Ein paar Schüsschen? Du musst glaube ich auch aufpassen, sonst muss ich von hinten abgefahren werden, vielleicht. Ist ja natürlich auch bitter. Was hast du jetzt dabei? Ha? Was hast du für eine Wache dabei? Die AK-74N mit Schalldämpfer und Scope. Also dran denken, Beine schießen, wenn sie das Arme haben oder so. Du hast schon mal leicht gesagt, das ist ja voll gegen die Instinkte. Ja, Mann. Aber musst eigentlich immer machen, ne. Oh ja, warte mal, ich muss auch noch etwas checken, ob ich... Schüsse, froh was. Na ja, die Map hat jetzt gerade halt schön gestartet, ne. Wir haben alle Zeit der Welt. Woah! Schuss los! Von hinten! Wenn der kommt, stecken! Ist rechts, weggelaufen! Der ist nach rechts weg! Nach rechts läuft der! Ja! Hab ihn! Ja! Du, du bist rechts von mir, oder? 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 Ja, nicht wirklich. Was? Ich hab eigentlich alles noch. Momentan. Wieder von hinten! Du musst weg! Der hat mich gehabt. Ja, der S-K-Isser oder sowas. Ja, der S-K-Isser oder sowas. Ja, der S-K-Isser oder sowas. Ja, der S-K-Isser. Ja, der S-K-Isser. Ja, der S-K-Isser. Ja, der S-K-Isser. Granate. Ich hab da auch irgendwie geworfen, das war überhaupt nicht meine. Ich hab bloß einen Plumps gehört und einen Bamm. Du bist tot, oder was? Jo. Beide! Auf jeden Fall, ja. Also, ich bin tot, ja. Oh fuck, Alter, was mach ich denn jetzt? Na, warte. Langsam. Ja. Du weißt nie, ob du den Leuten trauen kannst bei Wiggle Wiggle. Ja, Mann. Ich weiß nicht, ob ich mich hier wegtrauen kann jetzt. Zumindest euch looten mal. Ich kenn halt die Map auch nicht, das ist halt das Problem. Und dann die Stück für Stück ran färsch. Musch aber aufpassen, in den scheiß Wäldern, du siehst da nicht immer wirklich jeden Gegner. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, ich loot jetzt mal einen von euch. Da wird doch jetzt hoffentlich nicht jemand noch mehr Geduld gehabt, dann wie ich. Okay. Alter, da kam einer! Hast du ihn hoffentlich getötet? Ja, ja. Da hat sich ein gebrochenes Bein, Alter. Ich hau' da jetzt ab auf jeden Fall. Hast du alles eingepackt, auch Helm und so. Helm? Hat jemand einen Helm von euch? Mhm. Nee. Ich hatte einen an. Oh, gut, gut, gut. Haufen Medix, würde ich auch mit dem Pain Killer vereinbaren. Ja, ich muss jetzt aber hier weg. Und eine Granate hat mir auch noch im Inventar? Ja, ja, das hab ich schon. Ich hab auch deine Waffe. Hm, schön. Ich glaub', ich versuch nur rauszukommen, oder? Würde ich sagen, ja. Wo bin ich jetzt grad? Warte, den einen muss ich noch untersuchen, das war glaub' auch ein Encryptor. Ich bin jetzt grad, lauf' jetzt weg von der Stelle. Oh, der hat ne... Oh. Der hat zum Beispiel einen Scaff Backpack. Okay. Okay. Oh yeah. Okay. Ach, Mann, ich hasse das. Scheiße. Alter, ich habe gerade vier Leute getötet, Alter. Ja, Mann. Ich renne weg, wie ein blöder Alter. Da ist noch auf jeden Fall mindestens einer übrig gewesen. Kranker Scheiß, Mann. Wie viele Leute sind denn da drin? Na, bis zu neun Stück, glaube ich. Da müssen doch mittlerweile bald alle tot sein, oder? Oder, Schind. Also, fünf bis neun Stück. Uwe, kannst du mal Schind vielleicht irgendwie die Map im Internet aufmachen? Nicht lotsen? Mann, Mann. Das wäre echt bitter, Alter, wenn ich sterben würde jetzt. Wo bist du? Ähm... Bei so einem Bagger. Ich bin da einem Panzer. Da vorne ist ein Staff. Ich bin jetzt auf die Schnee, wenn mich. Jetzt noch auf uns. Ja, ja, klar. Und wo ist Wasser von dir? Links ist Wasser. Von der Lampejahr gucke ich gerade drüber, wenn ich über das Wasser gucke. Wenn du über das Wasser guckst? Ja. Ja, was ist da drüben? Jetzt warte mal, schnell, da ist ein Staff irgendwo. Ne, da war ein Staff, glaube ich. Da liegt das Hut da. Ja, da muss ich auf jeden Fall jetzt den Fluss oder den See überqueren. Und gar nicht links halten. Warte, warte, warte. Da war ein Kratzer Ding. Fuck, mein Bein ist angefragt. Scheiße, Mann. Also pengt ihr das. Juice. Ich laufe jetzt hier mal um den Fluss drumherum. Der muss immer links von dir sein. Aber nochmal einer, Alter, was ist denn los? Ich laufe jetzt unten lang vorbei. Vielleicht habe ich Glück und komme hier fast vorbei ohne Ding. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Angst gehabt, Alter. Okay, ich bin hier jetzt unterhalb vorbeigelaufen. Ich muss mich jetzt nur hier möglichst weit ab vom Schuss wegschleichen. Wegschleichen. Ich laufe jetzt weiter um den Fluss drumherum, gell? Ja. Muss aber links von dir sein. Ja, ja, das ist links von mir. Und dann bist du ganz nah hinten zu einem SUV. Ist da noch irgendwo irgendwelche Staff-Responses oder sowas? Da ist das so ein Haus. Ein kleines Häuschen. Das Staff-Hütter oder irgendwas? Ja. Die kommt dann gerade aus, wenn ich da zweit Land laufe, oder wie? Ein bisschen weiter rechts. Da vorne kommt jetzt hier gerade eine Mauer. Warte mal. Also ich laufe jetzt vom Fluss weg. Ja, die Mauer muss nach rechts hoch in den Wald rein. Und dann kommt da hinten ins Exit, wo die, ich glaube, Bahn kreisen, oder die Straße ist. Ich gehe jetzt nicht hier auf der Karte. Ich gehe jetzt hier auf der Karte. Ich gehe jetzt hier raus. Ah, 9177 XP alle. Das ist das, was ich glaube, 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 das ist das, was